Der Pferdefreund grüßt euch von der Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Hallo Heinz, hallo, hallo. Hast du ein gutes Training gemacht? Ja, ein gutes Training gemacht, das ist ein dreijähriges Pferd und der muss noch vieles lernen, aber er geht schon ganz nett daher. Ja, hat ich schon gesehen, er schwebt sich aber auch ganz nett. Ja, so ist es. Hat ja auch etliche Meter gelaufen, hat ja jetzt 3000 Meter gelaufen. Wie heißt das, fließen oder? Kannst du nicht halten? Lauf doch mal rum. Dieses Pferd nach dem Rennen spitzen. Aber dafür werden sie gleich abgetrunken und schön sauber gemacht, damit wieder alles zählt. Na gut, dann werde ich für eine unruhige Sünde mit aufhalten als Bad zum Duschen. Jo, ein. Jo, ein.